Ich schaue morgen gleich mal nach dem Geschäft vorbei. Oh, okay. Hallo, hier geht's sofort weiter mit Elbandi und Sie haben jetzt die Möglichkeit auf 1000 Euro. Gestern haben wir eine falsche Antwort bekommen. Hier lautet Ihre Frage, welchen Beruf hat eigentlich Elbandi? Für die, die jetzt ein Telefon haben und ein Handy, ganz schnell, denn der erste, der bei mir ist, bekommt sofort 1000 Euro. 01379, dreimal die 4, dreimal die 2, mit dem Handy eine leere SMS an dreimal die 4, dreimal die 2. 1000 Euro sicher. Ja, ganz schnell sein, wir starten jetzt. Der erste, der bei mir ist, bekommt sofort 1000 Euro. Sie hören kein Besetz zeigen, Sie können jetzt innerhalb von Sekunden dieses Spiel gewinnen. Welchen Beruf hat Elbandi? Wenn Sie es nicht wissen, wenn Sie kein Elbandi-Fan sind, müssen Sie diese Teile neu zusammenordnen, dann haben Sie den Beruf. Für alle Elbandi-Fans eine leichte Geschichte. Der erste. 1000 Euro doppeltes Budget, gestern eine falsche Antwort bekommen. Die Antwort war nämlich Monika und nicht Deli. Und hier geht es nach wie vor 1000 Euro. Wer holt Sie sich als erster? Sie müssen ganz schnell sein, denn Sie sind Experten gefragt. Der absolute Super-Experte hier bei Elbandi räumt sofort 1000 Euro ab. So, Artikel ist da. Jetzt müssen Sie eigentlich schon da sein. Kein Besetzzeichen in den letzten Sekunden. Sie haben nur wenige Sekunden Zeit, jetzt hier 1000 Euro live abzuholen. 01379, dreimal die 4, dreimal die 2. Schnell sein mit dem Handy. Wenn Sie jetzt ein Handy haben, sofort eine SMS an dreimal die 4, dreimal die 2. Welchen Beruf hat denn Elbandi? Die Profis sind gefragt. Noch keiner bei mir. Der erste, der jetzt hier ausgewählt wird, ist so viel. Kein Besetzzeichen. 1000 Euro haben Sie in wenigen Tagen auf Ihrem Konto. Meine Lieben, vor dem Wochenende die 1000 Euro sicher. Welchen Beruf hat Elbandi? Hier ist das Hicken. Immer noch keiner bei mir. Heute warten blinkt schneller. Jetzt bin ich gleich weg. Jetzt müssen Sie aber schnell sein. Denn jetzt haben Sie sofort die Chance auf 1000 Euro. Und der erste, der es hat, kriegt das Geld sofort. Heute warten blinkt 01379, dreimal die 4, dreimal die 3. Sie müssen viel schneller sein. Nein, Sie haben nur noch wenige Sekunden. Kein Besetzzeichen. Achtung, 1000 Euro. Nein, 500 Euro, 1000 Euro in wenigen Tagen. Gestern die falsche Antwort. Heute fragen Sie, welchen Beruf hat Elbandi? Elbandi-Fans, hier. Welchen hat er? Schauen Sie hin. Immer noch keiner bei mir. Sie müssen mit dem Handy schnell sein. 3x die 4, 3x die 2 SMS. Und wie gesagt, hier 01379, 3x die 4, 3x die 2. Hotbutton noch schneller. Meine Lieben, Sie müssen noch schneller sein. Sie müssten das Geld holen. Vor dem Wochenende 1000 Euro. Welchen Beruf hat Elbandi? Welchen? 1000 Euro jetzt sofort für Sie. 1000 Euro. Meine Lieben, welchen Beruf hat Elbandi? Achtung, Trommelwirbel. Wer hat's? Wer hat's? Sie müssen jetzt schon da sein. Sie müssen jetzt da sein. Ab 14 können Sie mitmachen, meine Lieben. 1000 Euro sofort. Achtung. Wer hat's? Wer hat's? 3x die 4, 3x die 2, mit dem Handy mitspielen. Wer hat's? Fantastisch, wer ist am Telefon? Ja, hallo, da ist die Kerstin, der Jana. Hallo Kerstin, was haben wir raus? Äh, Schuhverkäufer. Natürlich! Elbandi ist Schuhverkäufer. Liebe Kerstin. Cool. 1000 Euro in wenigen Tagen auf dem Konto. Herzlichen Glückwunsch. Super, danke. Dranbleib nicht auflegen, ja? Okay. Tschüss, danke schön. Das war's hier von der Quiztime. Morgen um die gleiche Zeit. 10.45 Uhr heißt es wieder gewinnen. Und zwar morgen um 500 Euro. Tschüss, bye bye, bis morgen und viel Spaß hier bei Elbandi. Die besten Filme aller Zeiten. Wenn die Deutschen diese Stadt einnehmen.